Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute, WrestleMania wird sogar noch krasser werden, als es eigentlich geplant war. Außerdem gibt es einige Infos zu All Elite Revolution, die knacken nämlich auch einen sehr guten Rekord, zumindest für sie. Und wir haben Andrade, der möchte nämlich unbedingt raus aus der WWE. Ja, ob das was wird. Heute beginnen wir gleich mal mit NXT. Da hatte ich euch ja schon gesagt, dass der Plan ist, dass NXT wohl demnächst auf den Dienstag-Slot wechselt und damit den Wednesday Night Raw aus dem Weg geht. Allerdings ist das noch gar nicht so beschlossene Sache. Denn das hat auch was damit zu tun, wie es mit der NHL, also dem Eishockey weitergeht. Denn die suchen auch gerade neue Sendeplätze, denn da läuft der aktuelle TV-Deal im Oktober aus. Und so könnte die NHL dann halt auch einen neuen Platz suchen. Denn eigentlich wäre jetzt hier vorgesehen, dass die dann am Mittwoch eingesetzt werden, sofern sie auf jeden Fall den Deal mit NBC machen. NBC gehört ja dann zu dem ganzen Kram, wo halt dann auch das USA Network mit dazu zählt, wo ja gerade NXT läuft. Allerdings sind die nicht die einzigen, die sich um NHL bemühen. Denn natürlich gibt es auch weitere Sendeanstalten, die versuchen, AS Hockey mit ins Programm zu nehmen. Und da ist teilweise dann auch schon ein bisschen mehr Geld geboten. Deswegen muss das noch nicht unbedingt so sein, dass man dann wirklich NXT auf einen anderen Sendeplatz schiebt. Denn wenn die NHL ein anderes Angebot annimmt und damit halt auch komplett den Sender wechselt, dann ist es ja egal, ob jetzt NXT weiterhin Mittwoch bleibt oder halt am Dienstag ausgestrahlt wird. Kennt ihr eigentlich noch den Funkasaurus Broadus Clay? Der ist nämlich, nachdem er die WWE verlassen hat, einige Zeit bei Impact Wrestling gewesen. Und halt so hier und da immer mal so ein bisschen unterwegs. Und jetzt wurde aber bekannt gegeben, dass er bei der NWA sein Debüt geben wird. Denn da gibt es ja jetzt auch endlich mal wieder eine neue Veranstaltung. Und die haben jetzt Tyrus, so sein aktueller Name, denn jetzt auch mit an Bord geholt. Und damit haben wir einen relativ großen Namen hier auch wieder mit dazu. Obwohl die Leute, die bei NWA sind, auch teilweise schon ältere WWE Stars sind. So wie Trevor Murdoch zum Beispiel, der tritt da an. Oder Elijah Burke, der aber auch als D'Angelo De Niro bekannt war. Also schon einige, die man aus dem Wrestling Kosmos auf jeden Fall kennt. Dann hat die WWE jetzt angeordnet, dass es ein paar internationale Leute gibt, die jetzt nach Orlando, Florida geschickt werden, also geflogen werden. Denn diese sollen jetzt im Performance Center trainieren. Wen das aber genau betrifft, weiß man aktuell nicht. Also halt, dass einige der internationalen Leute, also die jetzt nicht in Amerika wohnen, dass die jetzt trotzdem ins normale, normale Performance Center geholt werden. Dann hat Ring of Honor bekannt gegeben, wie sie aktuell mit diesen ganzen Testgeschichten umgehen. Da ist es nämlich so, dass bevor man zu einem Taping überhaupt fahren möchte, dass man sich erstmal selber testet, wegen Corona. Dann wird man, wenn man ankommt, nochmal getestet. Muss dann aber so lange in der Bubble bleiben, also in Hotel und so weiter. Und dann wird man nochmal getestet, wenn man dann kurz vor seinem Auftritt ist. Nach den jeweiligen Matches wird dann alles, die ganze Halle und so weiter, der ganze Ring wird dann desinfiziert. Und dann sollte eigentlich alles klar gehen. Soweit auf jeden Fall erstmal die Ansage bei Ring of Honor, wie das da gemacht wurde. Jede Wrestling Promotion macht das ja ein bisschen anders. Aber die testen quasi jeden Typ, der da im Ring steht, dreimal. Dann haben wir noch eine sehr interessante Sache rund um John Marksley. Denn da wollte ja die WWE vor einigen Monaten sich mal den alten Namen, also Dean Ambrose, claimen lassen. Also was Markenrechte und so weiter angeht. Und jetzt hat die Behörde, die sich damit auseinandersetzt, diesen Fall mal geprüft und entschieden, dass die WWE nur den Zuspruch für dieses Markenrecht bekommt, wenn John Marksley dem Ganzen zustimmt. Was natürlich auch sehr interessant ist. Eigentlich braucht ja Marksley den Namen Dean Ambrose nicht, aber die WWE braucht ihn jetzt eigentlich auch nicht. Aber die claimen halt sowieso alles, egal ob aktiv oder inaktiv oder schon mal da gewesen oder nicht. Die claimen halt irgendwie alles. Von daher, ja, keine Ahnung, was da der Plan ist. Muss man halt dann jetzt mal abwarten, ob Marksley da wirklich das Okayse dann halt dafür gibt. Batista wird ja jetzt kurz vor WrestleMania dennoch offiziell in die WWE Hall of Fame eingeführt. Und dieser hat sich jetzt erstmal wieder ein schönes neues Tattoo setzen lassen. Er ist ja sowieso schon komplett tätowiert. Also nicht ganz komplett, ein bisschen ist noch frei. Aber so langsam wird es immer weniger. Und er hat jetzt auch über Social Media sein neuestes Tattoo präsentiert. Ja, kann man mal machen. Dann war Big Show bei dem Podcast von Rene Young zu Gast. Und da hat dieser über einen kleinen Vorfall berichtet, den er bei einer Szene mit Brock Lesnar hatte. Und zwar hatte er einen F5 abbekommen und sich dabei selbst eingeschissen. Und hat also das Ganze beschrieben, wie das genau ablief. Auch, dass Lesnar sich einfach noch drüber lustig gemacht hat und ihn noch so ein bisschen auf den Magen rumgetrampelt hatte. Einfach, um da noch ein bisschen mehr, ja, irgendwie den zu ärgern. Und ja, auch so eine Sache passieren. Ebenfalls in diesem Podcast, nur in einer anderen Episode, war auch Christian Cage. Und dieser hat endlich mal darüber gesprochen, wie er denn jetzt eigentlich eingesetzt wird bei All Elite. Denn wir wissen ja, er ist jetzt bei All Elite unter Vertrag. Aber viele hatten immer noch Angst, dass Christian vielleicht nur als Part-Timer eingesetzt wird. Und nur so ein, zwei Matches im Jahr macht. Aber das soll hier nicht der Fall sein. Er selbst sagt nämlich, dass er Bock drauf hat, Matches zu machen. Und dann halt eben nicht nur so ein paar Mal eingesetzt wird. Sondern er ist ein fester Bestandteil im All Elite Roster. Und er ist halt auch da, um halt wirklich zu wrestlen. Das heißt nicht nur ein, zwei Matches im Jahr, sondern viel, viel, viel mehr. Natürlich hat er auch über mögliche Fäden gesprochen oder über mögliche Gegner, die er sich wünscht. Und natürlich wurde wieder Darby Allen genannt. Natürlich wurde auch John Marksley genannt. Denn da gab es ja ohnehin schon einige Matches auch in der WWE-Zeit. Und viele weitere natürlich auch. Also Christian Cage soll wohl dann auch anständig eingesetzt werden. Und bei All Elite können wir gleich bleiben. Denn Revolution war ein ziemlich großer Erfolg für All Elite Wrestling. Denn der Pay-Per-View hatte die höchsten Pay-Per-View-Bi-Rates seit Bestehen für All Elite. Aber auch außerhalb für die WWE seit 1999 oder so. Also das ist super krass. Es gab so viele Leute, die sich diesen Pay-Per-View hier gegönnt haben. Und den dann halt auch verfolgt haben. Und natürlich auch dafür bezahlt haben. Das ist ja immer noch die nächste Sache. Also das Ding lief wirklich, wirklich gut. Und ist ein sehr gutes Zeichen für All Elite. Dann haben wir noch ein Update zu den WrestleMania-Tickets. Denn die WWE hat sich natürlich einige Ziele gesetzt. Und natürlich auch relativ hohe Ziele. Das kennen wir ja. Denn eigentlich wollte man ja unbedingt bei WrestleMania mehr Zuschauer haben, als es beim Super Bowl war. Beim Super Bowl hatten wir um die 25.000. Das heißt, die WWE hat gesagt, wir wollen 30.000. Aber mit weiteren Gesprächen mit Offiziellen auch aus dem ganzen Stab da in Florida und so weiter. Wurde jetzt die Aussage gemacht, dass die WWE sogar noch mehr Zuschauer gerne in die Hallen prügeln möchte. Beziehungsweise in das Stadion. Und dabei geht es darum, dass die WWE bis zu 75% der Kapazität in dieser Halle ausnutzen möchte. Wenn wir dann mal das Stadion nehmen und die Stage natürlich wegrechnen, wo ja für diese große Stage dann halt einiges an Plätze rausfliegt, bleiben trotzdem noch ein Haufen Plätze über. Denn dann wären das um die 45.000 Plätze, die die WWE hier also gerade anpeilt. Das wären dann also nochmal viel mehr als die 30, die man eigentlich machen wollen würde. Ist aber halt auch die Frage, auch wenn sie sagen, jo, wir wollen 45.000 Plätze verkaufen, werden die überhaupt 45.000 Plätze verkauft? Denn wir sind halt aktuell immer noch in einer Pandemie und da ist es halt auch noch fraglich, ob denn halt die Leute auch bereit sind, denn da hinzufahren, nur weil es jetzt möglich ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das riskieren würdet. Würdet ihr, wenn ihr jetzt da wohnen würdet und das Geld hättet, würdet ihr zu WrestleMania fahren oder wäre euch das zu heigel? Dann gab es nochmal ein Update zu dem Selbstschlagen bei verschiedenen Kicks, was ja eigentlich angeordnet wurde. Da ging es ja darum, dass man sich selbst nicht zum Beispiel auf den Oberschenkel schlagen soll, wenn man jemandem anderen zum Beispiel einen Superkick gibt. In dem Match zwischen Jey Uso und Daniel Bryan wurde das aber wieder gemacht. Das heißt, Jey Uso hat das wieder so praktiziert. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, was denn da jetzt gilt. Die Ansage ist ja einfach nur, dass Vince McMahon das bei einem größeren Wrestler halt gesehen hat und sehr schlecht fand, weil der das halt nicht so gut gemacht hat. Und deswegen war er sauer und hat das erstmal pauschal verboten. Das ist aber hier eher eine Sache, wo halt jeder Wrestler auch sagt, irgendwo gehört es ja auch mit dazu. Und keiner sieht das so richtig ein, warum man das jetzt unterlassen sollte. Von daher, wenn es passt, kann man es machen, wenn nicht, dann nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Sache, da hat Vince halt einfach mal ein bisschen sich ausgekotzt gegen und so nach und nach wird das halt einfach wieder weitergemacht und fertig. Dann müssen wir mal über Mansoor reden. Das ist der, der immer komischerweise sehr große Matches hat bei den Saudi-Arabien-Events und die auch komischerweise immer gewinnt. Aber Mansoor ist momentan in einer extrem krassen Winning-Streak. Der hat nämlich schon über 45 Siege eingefahren in der letzten Zeit, also als Winning-Streak, ohne zwischendurch mal zu verlieren. Und das ist ziemlich krass, denn der wird aktuell auch bei 2O5 Live eingesetzt und sammelt da ordentlich Punkte. Keine Ahnung, ob das irgendwann in eine Storyline mündet oder so, aber es scheint so, dass er nicht nur Saudi-Events gewinnt, sondern auch andere. Dann hatten wir ja letzte Woche bei NXT das Titelmatch zwischen Toni Storm und Io Shirai. Und dabei gab es einen Verletzten. Und zwar nicht Toni Storm und auch nicht Io Shirai, sondern der Ref. Tom Caster heißt der Gute und hat bekannt gegeben, dass er sich dabei seinen Bizeps abgerissen hat. Muss natürlich auch operiert werden und ja, so kann es natürlich auch sein. Also auch als Referee, man lebt gefährlich, ist nun mal ein Kontaktsport. Ja und dann zur wahrscheinlich größten Meldung in den letzten Tagen. Und zwar hat Andrade offiziell bei der WWE um Entlassung gebeten. Das ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, dass Wrestler super unzufrieden sind bei der WWE und halt einfach die Company verlassen wollen und darum beten, aus ihren Verträgen rausgenommen zu werden. Und hier haben wir einfach wieder jemanden. Andrade ist nämlich aktuell fit. Den könnte man einsetzen, würde er aber nicht. Das gleiche kennen wir auch von Alistair Black und von vielen anderen auch. Nur dass Andrade jetzt seinen Mut zusammengenommen hat und darum gebeten hat, ihn doch bitte aus seinem Vertrag zu entlassen. Und natürlich, ihr könnt euch denken, das wurde abgelehnt. Ganz klar. Ja, denn die WWE will natürlich niemanden an irgendwelche anderen Promotions verlieren. Gerade auch, wenn All Elite jetzt immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, will man das natürlich vermeiden, dass da irgendwer hingeht. Also ist es hier auch ebenfalls so, der kann machen, was er will. Der wird nicht entlassen. Der wird aber auch nicht eingesetzt. Gerade auch, weil man ja jetzt mitgekriegt hat, okay, der ist unzufrieden, dann wird er auch unzufrieden bleiben. Das wäre eigentlich für mich so eine Sache, um mal drüber nachzudenken, ob es nicht eine Möglichkeit geben würde, ihn vielleicht oder auch die anderen ein bisschen besser einzusetzen. Zum Beispiel ihn, wie Alistair Black und Ricochet und so weiter, halt einfach zum Beispiel zur NXT zu schicken. Denn das wäre ja gar nicht so schlecht. Die würden da ordentlich eingesetzt werden und man wäre so los und dann wäre auch okay. Und sie wären aber gleichzeitig nicht in einem anderen Produkt, wie All Elite oder so. Würde ja Sinn machen. Aber irgendwie macht es keiner. Es ist sehr eigenartig. Naja, auf jeden Fall wird Andrade jetzt dadurch wahrscheinlich jetzt auch nicht besser eingesetzt werden. Das Einzige, was ihn noch so ein bisschen schützt, ist seine Beziehung zu Charlotte. Denn die sind ja offiziell auch privat zusammen. Und ja, das könnte also noch ein bisschen ausschlaggebend sein. Aber es wird ihn wahrscheinlich auch nicht retten. Von daher, ja, Andrade hat keinen Bock mehr. Und Vince will ihn noch nicht einsetzen, aber will noch nicht loswerden. Weil jetzt Andrade ja auch einer der Leute, die halt von Paul Heyman als Paul Heyman noch Raw übernommen hat, sehr krass gepusht wurden. Denn zu der Heyman-Zeit hatten wir ja Leute wie Ricochet, Alistair Black und Andrade, die halt wirklich viel Aufmerksamkeit in den Shows bekommen haben. Und nachdem Paul Heyman dann weg war, hat Vince McMahon halt angefangen, diese ganzen Paul Heyman-Geist, wenn wir es so nennen wollen, halt alle wieder abzusägen. Und das ist halt jetzt auch der Fall. Naja, Freunde, wird auch hier wieder nicht der letzte Fall sein. Aber soweit erstmal zu dem News-Update für heute. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Und sonst gerne ein Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktiv im Kanal mitglied, wenn wir einen wunderschönen Tag haben. Und wir sehen uns dann in einem der zahlreichen nächsten Videos. Macht nicht mehr solle, schlaft schön und tschau. Schlaft schön und tschau.